Lialur Löhle, zurück zu Iso. Weiter geht's. Äh, wir sind immer hier auf dem Weg zum Orakel. Pilz müssen wir auch noch sammeln. Ach, muss ich hinterher Spiralstrang. Ja, okay. Ja, machen wir. Habe ich den Namen für die Folge? Der Spiralstrang. Der Spiralstrang wird sich um euch kümmern. Ja, ja. Der Spiralstrang wird sich um euch kümmern. Ja, ja. Ja, ja. Die zwei kleinen Spinnen hier. Ich muss mehr aufbieten. Stimme ohne Körper. Ja, du auch Spinnen. Wow. Was würdet ihr machen, wenn ihr euch so eine große Spinne über den Weg schlaufen würdet? Was würdet ihr machen? Ihr habt keinen Bogen. Bleibt einen Schwert in der Hand. Hehehehe. Ich glaube, ich in Australien da sehe ich so große Spinnen, ne? Ich laufe ihn jetzt schon mal rum. Hatte ich mal so gesehen. So ein Foto. Wenn das wirklich in Australien war, weiß ich ja nicht. Ich glaube, ich habe so eine große Spinne an einem halben Häuser verdient gesehen. Ja. Aber die haben auch sehr viele Arten von giftigen Schlangen. Schön. Der Hof des Aufruhrs bewundert Beharrlichkeit bis zu einem gewissen Punkt. Ein williges Opfer. Sehr schön. Tretet vor und sterbt. Aber wie würde das Schreien zu mir wegrennen? Ich weiß nicht, wie die Spinnen sind. Ob die einkriegsfristig sind. Ob die Sarmus sind. Wo ist die Spinne? Boah. Wegrennen, ey. Panic-Schimomente. Jaaaa. Da haben wir es schon. Sind ja hier, ne? Nicht da. Wird meine eine Ahnung. Ihr aus meiner Vision. Ja, bin ja schon da. Nefala. Nefala. Ah, doch. Ja, ja, genau. Hier bin ich jetzt. Alles klar. Ich weiß schon. Äh. Bin ich. Wo? Ja, bleib du stehen. Derb. Ah ja, ich hab' ein Zun-Tier, ja. Da haste er auch noch noch mehr. Hab's noch mehr haben? Das grischt. Das grischt ja auch. Ja, das ist auch noch ja, echt. Äh. Wo sterbt? kann schutzschülse aufbauen ne nix da gehts her ja ach mal richtig so hier haben wir nämlich den ersten und es war eine erste gibt es auch noch ein wenigstens zweiter der erste schmerz der flamme ein riegel das stört ich und sage nicht über lustig das mag ja doch ist ja richtig spiel Unverschämt viel AP. Oh, drüben, doch. Spinni! Fuck, eine Spinni! Jeiße! Okay. Das ist meine Regel Nummer 2. Da bin ich schon dabei. So. Auch weg. Auch kein Problem. Muss ich nicht vergessen, ne? Hier, äh... ...einen Riegel zu zerstören. Nicht! Das stört die Vorrichtung in der Mitte! Ich muss den Weg in der Mitte finden. Äh... Äh... Ich bin hier rechts. Und hier ist... Ich bin hier... Ich bin hier... ...und hier... ...und hier, ne? endlich ich kann mit der verbleibenden magiker ein portal ich sollte mein himmelswacht besuchen ja schönes geklärt danke was auch fertig imperial edition habe ich nicht solle kaiserliche welche gefährt war auch nicht so wichtig da habe ich alle erweiterungen sommer set schwarzmaschinen letzten auch schon ich konnte euch noch gar nicht für eure hilfe danken auch wenn ich bahnus galerion der kunde doch war eine solche socke nicht dass ich mir also da brauchst du wir werden einige meiner kollegen können kaum erwarten euch kennenzulernen mariewe natürlich nachdem ich mir euren garten angesehen und meine gedanken gesammelt habe wenn das geht selbstverständlich orakel kommt herein wann immer ihr bereit seid und wir spielen ich muss nur diese einen fluss steuer aber dieser nein wenn wir rügel sind das ...drei... ...joa... ...auch eben... ...sicht mehr genau wie das war, aber... ...kein Problem... ...spähen mal... ...oha, auch noch fertig... ...jag ich guck, da bin ich noch eine Sache irgendwo... ...wenn ich schon merken... ...mach das sind die... ...durück oben... Was, das Spiel ist nix gewesen. Kann man das wie jemals sagen. Schön. Keine Wache? Schön. Nicht teuer. Ich möchte ja... Fenster durch. Ich würde sagen, Haustür. Okay, auch dieses. Jetzt. Äh, Wache? Sind... So sind nix. Die Blends. Merkts. Ich will das Stehlen. Stehlen ist immer scheiße. Da haben wir da... Regal, jetzt haben wir das schön. Reda... Redas Nacht-Info. Mal genau, was ich da ausfinden will. So... Äh, hier, Bandschrank? Äh, hier, Bandschrank? Da haben wir da die... Wehmerröhre. Ach, du willst auch? Alles klar. Aber ich hab schon... Ich hab schon... Ich hab schon... Ich hab schon... Da noch... Request... Mach mal gleich. Da. Da. Verknacken ist urso kein Thema. Hier wird ich sehr schön gemacht. Sehr einfach, sehr gut, wie ich dachte, finde ich. Aber Skyrim ist auch nicht schlecht. Aber hier finde ich noch ein bisschen besser. Jetzt sehen die auch Geschmackssachen. Also bei Morrowind, wie finde man das überhaupt? Obelbigen... Da habe ich auch ein bisschen blöd. Ich blieb immer, glaube ich, so was. Eigentlich geht es eigentlich. Ach genau, weil Morrowind war mit der Sonde. Erst fallen, dann bricht. Ah ja, genau, das beide wieder. Obelbigen, weiß ja was. Glaube ich zumindest, das ist schon so lange her, dass ich Kevin gespielt habe. Ich bin mir nicht wirklich. Ich bin mir irgendwie... Morrowind war wieder richtig schön. Story auch und so, ne? Auch ein sehr weitreichend Spiel. Mal sagen. Aber egal. Äh, Netra noch kurz hin? Ja genau. Weil ich mich noch total verquassle. Weil ich eine halbe Stunde bin. Äh, Netra, da hast du uns abschließen. Boah, schön, pennig. Boah, ist wohl zufrieden. Hat viele Beine. Ja, stimmt halt auch viele Beine. Okay Leute, würde ich sagen, äh, mach ich Schluss für heute. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge von ESO. Dein schön mit Ö. müh zu